ich werde so oft beim streamen oder in den kommentaren gefragt woher diese schönen metallregale droppen nun das problem ist sie droppen und zwar so gut wie überall und zufällig sie können aus den kisten schränken mülltonnen droppen zudem auch vom designer tisch ich war mit diesem video jetzt nicht sicher ob ich sie machen soll aber community meinte es wäre besser die leute zu informieren wie und woher sie überhaupt droppen auch wenn die formula zufällig droppen hier wählst du die zufallsformel bauplan gewöhnlich aus und hoffst dass sie dann eben droppen oder du machst das wie ich und zwar farmst die festung in der nähe von blackfell ab das wäre dann die hier blackfell gefallen bereich und hier als ich dann die schränke in diesem hotel als ich die halt gefarmt habe da ist dann plötzlich gedroppt es gibt allerdings noch eine ganz kleine chance also seid nicht enttäuscht oder traurig wenn sie nicht sofort droppt ich hoffe dieses kurze info war hilfreich